Yo Leute, was geht ab? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf Crypto Anarchist. Der Preis von XRP ist heute bei 49 Cent, sagen wir mal 50, sind wir mal freundlich und runden auf. Der ganze Markt ist im roten Bereich, wir sind hier bei 7% im Minus bei UMA und Bitcoin ist bei 42.300, also auch alles wieder ein bisschen nach unten gegangen. Und gerade bei XRP hat sich einiges abgespielt, denn wir haben hier den Co-Founder von Ripple, Chris Sarsen, und einige von seinen Wallets bzw. von seinen Accounts wurden wohl angeblich so übernommen. Ganz genau die Umstände geklärt sind noch nicht. Es geht dabei insgesamt um 213 Millionen XRP, die verschoben wurden mit einem Gesamtwert von 112 Millionen Dollar. Das Ganze wurde jetzt hier auch offiziell nochmal von seinem Account bestätigt, aber die Leute, die jetzt eben sagen, Ripple war da involviert, also dass das von Ripple gestohlen wurde, das stimmt eben nicht. Das sind alles nur persönliche Accounts und eben auch der Twitter-Account von Chris Sarsen war da betroffen. Insgesamt hat man dann wohl dieses Geld durch verschiedene Börsen jagen wollen, Maxi, Gate, Binance, Kraken und so weiter. Zum Glück haben sie rechtzeitig einige von diesen Börsen kontaktieren können, um die Gelder dann einzufrieren. Also somit ist das Ganze wohl alles noch sehr gelimpflich ausgegangen. Aber die Frage bleibt, wie konnte es dazu kommen und warum sind da nicht verschiedene Multi-Sign-Mechanismen involviert? Also warum hat man nicht verschiedene Ledger, die halt eben zusammen bestätigen müssen, damit eine Transaktion passiert? Das ist eigentlich bei solchen hohen Summen der Standard, genau damit sowas nicht passieren kann. Ist eben die Frage, was da genau hinter steckt, aber zumindest konnte jetzt Schlimmeres verhindert werden. Und einige Leute witzeln hier auch so ein bisschen rum, der Typ, der das Geld genommen hat, der hätte einfach pro XRP 10.000 Dollar verlangen sollen, also als Rückkaufpreis. Dann hätte er den ganzen Ball so ein bisschen ins Rollen gebracht. Kann man so sehen, ist natürlich jetzt ein bisschen so mit dem Augenzwinkern gemeint. Aber trotzdem, wenn diese Person sich da jetzt irgendwie zu erkennen gezeigt hätte, hätte sie wahrscheinlich andere Forderungen stellen können, als sie es jetzt tun kann, wo die Gelder einfach eingefroren sind. Also gerade auf diesen zentralisierten Börsen, da kann man dann ja das Konto einfrieren. Bei einem normalen XRP-Konto wäre das nicht so möglich. Also wenn ich der Typ wäre, hätte ich das wahrscheinlich auf ganz viele andere XRP-Konten irgendwie aufgeteilt. Oder auch eben über andere Börsen vielleicht geswappt, irgendwie dezentral oder irgendwie sowas in andere Coins. Und ab da kann man das Ganze dann sowieso nicht mehr nachvollziehen. Von daher, alles nicht so ganz smart gemacht, zumindest so aus meiner Perspektive gesehen. Aber gut, man steckt ja auch nicht drin. Andere Börsen haben da eben sehr schnell reagiert, wie zum Beispiel hier Bitrue. Sie schreiben hier, sie haben alles, was das Team ihnen geschrieben hat, hier ernst genommen. Und haben auch die ganzen Funds da gefroren, also einfach alles eingefroren. Und da würde ich euch einmal bitten, eure Meinung in die Kommentare zu schreiben, rund um das Thema Einfrieren von solchen Funds. Denkt ihr, das ist eine gute Methode, um so einen Verlust zu preventen? Dass man also das Geld einfrieren kann auf solchen Börsen, um es dann den rechtmäßigen Besitzern wiederzugeben? Oder sagt ihr, ja, ist zwar alles schön und gut, aber Börsen sollten auch nicht in der Lage sein, einfach mal so alles Geld einzufrieren. Nur weil irgendjemand, der auch vielleicht Rang und Namen hat in dem Fall jetzt, das so sagt. Dann lasst uns das gerne mal in den Kommentaren besprechen. Ich finde da beide Seiten immer sehr interessant. Denke aber auch, dass es eher teilweise gefährlich sein kann, wenn Börsen so einfach Geld einfrieren können. Deswegen meide ich solche Börsen auch eigentlich eher. Parallel dazu haben wir hier ein paar Verbindungen, und zwar zur neuen Payment-Methode auf X. Wir haben hier Ripple und Stellar, damals der Co-Founder Jed McCallop, der seit 2011 bei Ripple war bis 2013 und dann danach weggegangen ist, um ein eigenes Projekt zu gründen, nämlich Stellar, also den Coin XLM. Und hier haben die beide eben eine Connection, also sowohl er als auch Elon Musk, hier zu SpaceX, beziehungsweise zu Vast. Und diese beiden Connections bringen einen eigentlich dann dazu, zu fragen, hey, könnte in Zukunft bei X-Payments auch eine Blockchain involviert sein? Denn er spricht immer wieder von der Hälfte des globalen finanziellen Systems. Und ich glaube, zu der Hälfte des Systems würde auch in Zukunft ein Anteil an Kryptowährungen dazugehören. Also ist eben die Frage, welche Blockchain da genutzt werden könnte, um diese ganzen Zahlungen abzuwickeln. XRP ist sehr capable, XLM ist sehr capable, auch XTC ist sehr capable. Also all diese drei Coins kommen da in Frage. Oder eben in Zukunft auch andere Verwalter, wie zum Beispiel Stronghold, haben wir ja in der Vergangenheit auch, ein paar Verbindungen zu Ripple. Metaco hat zwar keinen eigenen Coin, aber könnte als Lösung auch eingesetzt werden. Ich glaube, die kennen sich da alle besser, als man vielleicht auf den ersten Blick immer so denken würde. Ich bin wirklich sehr gespannt. Es gibt schon hier den offiziellen X-Payment-Account, der auch diesen schönen Haken hier hat. Da ist wirklich die Frage, wird das Ganze ein echt großes Ding? Kann man in Zukunft an vielen Stellen auch mit X-Payments bezahlen? Wird das eine Relevanz im Space haben? Oder wird das eher so eine kleine Randerscheinung, wie damals, als man auch zum Beispiel Tesla mit Bitcoin kaufen konnte? Das war ja auch so eine große News. Alle waren da sehr bullish, haben gesagt, ja, ja, perfekt, jetzt kann man hier Bitcoin nutzen. Aber am Ende war es dann auch nur eine kleine andere Zahlungsmöglichkeit, aber jetzt nicht der große Durchbruch, den man sich so erhofft hat. Und in Zukunft könnte X eben, weil es ja nicht nur auf Twitter bleiben soll, sondern überall implementiert werden könnte, auch so wie Google Payments oder Apple Payments überall eigentlich Ausbreitungen und Anwendungen finden. Fände ich sehr interessant. Ich bin natürlich nach wie vor noch ein sehr, sehr großer Fan von Bargeld. Das darf man nicht vergessen. Also Bargeld ist immer noch OG und würde ich immer bevorzugen gegenüber irgendwelchen Karten, Zahlungen und was auch immer. Aber trotzdem muss man sagen, online kann man halt eben nicht mit Bargeld bezahlen, gerade bei irgendwelchen Trades hier und so. Das ist alles nicht so möglich. Alles, was im Internet stattfindet, sollte deswegen aus meiner Sicht von einer schönen Kryptowährung abgewickelt werden, die auch wirklich sicher und transparent in dem Fall ist. Dann haben wir hier ein Statement von Daniel. Das ist ja auch ein größerer Twitter-User im XRP-Space. Und er hat jetzt sein Vote tatsächlich auf Ja gemacht, also beim Automated Market Maker. Es waren bereits 28 Ja-Votes vor einem Tag und dann hat er gesagt, okay, komm, mache ich hier mal die 29 rein. Das heißt, jetzt kommt es quasi dank ihm, wenn man so möchte. Er sagt dann hier auch, bitte wendet euch aber nicht an mich, wenn ihr irgendwie Geld verliert oder irgendwas passiert, was ihr nicht haben möchtet, beziehungsweise was ihr nicht erwartet habt. Jetzt also in 14 Tagen wird das neue Feature kommen. Daniel kann sich so ein bisschen feiern als 29er, der also dieses neue Feature hier quasi ermöglicht hat, wenn man so möchte. Aber ich bin wirklich sehr gespannt, ob der Automated Market Maker einen großen Einfluss haben wird auf das Ökosystem, ob da ordentlich Liquidität kommt, ob auch ordentlich Leute dann ihre XRP staken werden für Liquidität oder ob es vielleicht dann doch nicht diesen gewünschten Effekt haben wird. Das können wir am Ende nur herausfinden, wenn es jetzt wirklich auch auf die Chain übernommen wird. Und hier als kleinen Funfact übrigens, damals wurde das NFT-Feature an Halloween aktiviert auf dem XRP Ledger und der Automated Market Maker eben potenziell am Valentinstag. Was will der Ledger uns damit sagen, sagt er hier. Also ja, irgendwie ist das schon ganz lustig, dass das immer an solchen passenden Tagen irgendwie kommt. Und als ich das gerade gelesen habe zum ersten Mal, habe ich auch wieder gedacht, ah ja, stimmt, Valentinstag ist ja auch bald wieder. Es geht alles sehr, sehr schnell. Wir sind jetzt schon im Februar 2024, gerade war noch Silvester, jetzt schon Februar. Aber es geht immer, immer weiter und genauso hier im Crypto Space eben auch. Das heißt, das offizielle Datum für den Automated Market Maker ist jetzt der 14. Februar. Das sehen wir hier einmal. Also 14. Februar, ziemlich genau, um 11.22 Uhr UTC. Wenn ich das richtig im Kopf habe, sind wir GMT Plus One hier in Deutschland. Das heißt also, da müsste es ungefähr um 12 Uhr mittags für uns sein. 12 bis 1 Uhr mittags. Korrigiert mich gerne in den Kommentaren, wenn ich da falsch liege. Aber so in dem Bereich müsste es auf jeden Fall passieren. Also den 24. Februar vormerken. Hier um 18 Uhr natürlich das Video dann auschecken an dem Tag. Dann reden wir nochmal ausführlicher darüber. Dann noch ziemlich interessant haben wir hier von Security, also einem kleinen Wortspiel aus Security und Currency, haben wir eine neue sogenannte DTCC Digital Asset Auswertung, die wir hier sehen. Und zwar steht das ganze Unternehmen hier für Compliance and Interoperability. Und das erzeugt eben globale Liquidität. Das ist auch logisch, denn die Compliance ist ein sehr wichtiger Faktor. Das ist eigentlich das, was bei vielen Firmen aktuell fehlt. Natürlich muss man auch sagen, es gibt auch nicht so wirklich diese Compliance aktuell. Es gibt ja keine richtigen Richtlinien, die jetzt einer Firma genauestens sagen, was man da tun sollte. Aber man kann schon sagen, in den meisten Fällen ist es ersichtlich, was man ungefähr tun darf und was nicht. Ripple und auch Stellar sind eigentlich Firmen, die sich da sehr, sehr akribisch dran halten. Und gerade Ripple hat ja schon seit eigentlich mehr als zehn Jahren probiert, genauestens konform zu sein mit den Sachen, die man machen darf und die man nicht machen darf. Trotz dessen sind sie damals dann ja in den Rechtsstreit geraten, haben dann zwar gewonnen, also noch nicht ganz offiziell, aber XRP ist zumindest keine Security. Das ist mal Fakt. Deswegen, denke ich mal, brauchen sie hier einfach ein paar Firmen, die sich wirklich genauestens mit diesem Recht auskennen. Und da kommen Stellar und Ripple logischerweise wie gerufen. Es geht hier in Zukunft viel um das Thema KYC, Know-Your-Customer-Verfahren, wo man seinen Ausweis oder irgendein vergleichbares Ausweisdokument hochladen muss, um sich da quasi zu verifizieren. Natürlich möchte jeder genauestens wissen, mit wem er da handelt. Das ist ja Standard mittlerweile geworden. Aber gerade in so einer Zeit wird der Ruf nach solchen dezentralen Lösungen, wie zum Beispiel dem Automated Market Maker, eben auch immer größer, weil man da dann auch noch anonym handeln kann. Finde ich auch nicht verkehrt. Ist immer eine gute Sache. Die Sache Privatsphäre ist aus meiner Sicht ein absolutes Grundrecht. Und auch, wenn man nichts zu verbergen hat. Ich meine, wir alle haben wahrscheinlich nichts zu verbergen. Aber trotzdem sollte man einfach diesen Grundsatz bewahren. Denn am Ende ist man vielleicht mal in der Position, dass man was zu verbergen hat. Who knows? Und dann ist man eben froh, wenn die Masse einen schützen kann. So sehe ich das einfach. Und deswegen sollte man Privatsphäre sehr, sehr ernst nehmen. Deswegen bin ich eben auch natürlich für das Bargeld, ganz klar. Dann geht es weiter von Dark Defender. Da hat er hier einmal eine kleine Chartanalyse. Und zwar von dem aktuellen XRP-Preis. Da ist er mittlerweile ganz klar reingezoomt hier. Und bei 51,2 Cent ist es noch ganz, ganz knapp hier auf dieser Linie. Also ganz knapp über dem Support. Er sagt dann hier, hier wird es wahrscheinlich bouncen. Dann könnten wir wieder einen kleineren Anstieg sehen. Bis maximal hoch zu den 56 Cent, laut seiner Analyse hier. Und ab dann würde es weiter konsolidieren. Also vielleicht kann man jetzt in Zukunft hier nochmal ein, zwei kleinere Moves mitnehmen. Ich meine hier von 50 Cent auf 55 bis 56 Cent, wenn immer noch stabile 10 bis 11 Prozent wahrscheinlich. Die kann man dann mal ebenso mitnehmen in einem kleineren Anstieg hier. Und wenn es dann wieder runter geht, könnte man auch theoretisch shorten. Also genug Optionen, um immer Geld zu machen. Ist auf jeden Fall da. Dann ganz interessant haben wir den Geburtstag von Vitalik Buterin. Den jetzt einige hier feiern. XRP Ledger Commons postet das beispielsweise hier. Happy Birthday Vitalik Buterin, wir feiern deine visionäre Art und deinen visionären Einfluss auf die Szene, auf dem Blockchain Space. Du bist ein wahrer Innovator im Bereich Ökosysteme. Das, was du gemacht hast mit Ethereum und so weiter. Ja, natürlich muss man hier als XRP-Fan ein bisschen lachen. Denn Vitalik Buterin war damals ja auch oft bei Ripple zu Gast. Zumindest belegen das alte Dokumente. Er hat dort auch angeblich ein Praktikum gemacht. Hat teilweise sogar bei denen auf der Couch geschlafen. Zumindest ist das alles so überliefert so ein bisschen. Deswegen fragt sich Short of Homo hier auch zurecht, ob es sich hierbei um den 1. April handelt. Ob das alles ein Witz ist hier. Denn klar, irgendwo hat er einen sehr großen Einfluss gehabt. Aber man muss auch sagen, dass er nicht der große Innovator von der Code-Seite her war. Ich glaube, er hat auch zu Ethereum recht wenig beigetragen. Also sehr wenig Commits gemacht. Da gab es einige Leute, die viel, viel mehr programmiert haben. Aber man muss schon sagen, er ist logischerweise das Aushängeschild. Auch wenn er ein bisschen sehr, sehr seltsam ist. Aber es ist schon das Gesicht und der Kopf von Ethereum. Das muss man ganz klar sagen. Diese Brand um ihn, die hat sich auf jeden Fall gut aufgebaut. Auch wenn der echt sehr, sehr crazy ist, der Typ. Dann geht es noch weiter von der XRP Gold Coast. Die ist ja auch bald und da haben wir einen weiteren Kino-Speaker als Announcement hier. Den guten Nile Smith, der extra von Ripple auch dabei sein wird. Die Wave of Innovation wird uns alle treffen. Das habe ich mir jetzt gerade ausgedacht, aber ist trotzdem hier die Wave of Innovation. Und ja, das Ganze findet am 22.03. bis 24.03. statt. Also ein schönes Wochenende da an der sogenannten Gold Coast. Finde ich, wie gesagt, sehr cool. Ich bin gespannt, ob da einige Announcements wieder passieren werden. Eigentlich logisch, gerade wenn Ripple da vor Ort ist, dann haben sie immer diese Bühne, um etwas ein bisschen Größeres zu announcen. Vielleicht wieder eine Partnerschaft oder vielleicht auch eine Universität, mit der sie zusammenarbeiten. All solche Sachen sind da denkbar. Deswegen freue ich mich da drauf, auch wenn ich persönlich jetzt nicht vor Ort sein werde, weil ich einfach auch die Karten ziemlich teuer finde und einfach da nicht mal eben so hinfliegen kann. Dann sind schon einige Leute jetzt auf dem Evernote Ledger bzw. dem Evernote Netzwerk drauf. Das haben wir hier einmal. Über 3.800 Nodes sind jetzt innerhalb der 16 Tage, die jetzt vergangen sind seit dem Launch, hier drauf gegangen. Insgesamt gibt es hier noch viele Möglichkeiten, um auch Geld abzusahnen. Beispielsweise hier 300.000 Token Xahao und 30.000 Token Evernote für verschiedene Projekte. Also Wave of Innovation ist da groß mit dabei und da wollen sie eben auch weitere Projekte fördern. Finde ich sehr, sehr cool. Also das ist schon echt einiges an Geld, was da zusammenkommt. Das müssten in Summe knapp so 50.000 Dollar sein, die da an verschiedene Projekte halt eben ausgegeben werden. Finde ich sehr interessant und ich hoffe, das wird nachhaltig das Netzwerk hier auch noch stärken. Dann noch kurz haben wir hier von David Schwartz einmal ein paar Pro- und Kontra-Argumente für das Nutzen des Automated Market Maker. Da hatte mich auch noch mal jemand in den Kommentaren drum gebeten, das einmal darzustellen. Und wir fangen einmal mit den negativen Sachen an, dass wir die einmal geklärt haben. Wenn der Preis von einer Währung hochgeht, dann macht man nicht so viel Geld, wie wenn man einfach diese Währung alleine gehalten hätte. Weil man ja immer quasi zwei Coins zusammenpackt. Kann aber eben auch ein positiver Punkt sein. Das spiegelt sich hier quasi, nämlich wenn eine Kryptowährung runter geht, geht sie nicht so stark runter, als wenn man nur diese Kryptowährung gehalten hätte. Also von daher ist das schon mal so ein Punkt, der halt eben plus minus null ist, meiner Meinung nach. Auf der anderen Seite haben wir hier einmal keine Garantie auf irgendwas. Das Ganze kann gut laufen für einen, muss aber nicht. Es kann immer irgendwelche Fehler geben, irgendwelche Softwarefehler, auch logisch. Und man muss immer zwei Assets dabei haben und einer muss stable sein. Also wie zum Beispiel USDT oder sowas. Also gibt es quasi einen Counterpart Risk. Das darf man auf jeden Fall nicht vergessen. Aber man kann eben auf der anderen Seite die Volatilität in Yield umwandeln. Also man kann quasi mit einem gleichbleibenden Preis, der aber manchmal hoch, manchmal runter geht. Genauso wie bei XRP halt. Eben Geld verdienen. Man muss nichts extra machen. Man kann seine XRP und seine Liquidität halt eben da anbieten. Das sind so die Pluspunkte. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob sich das für euch aufwiegt. Ob das für euch das Risiko quasi wert ist. Oder ob ihr sagt, ja, nee, ich lasse es mal lieber so, wie es ist hier alles mit meinen Coins. Und alles andere schauen wir dann mal. Wenn es in Zukunft sich weiter profitabel verhält, könnte man das ja noch machen. Aber alles andere sollte dann passen. Dann noch ein kleiner Tweet hier von MinusWelds. Und zwar zum sogenannten Staking Service auf Flare. Da gibt es wohl jetzt bald ein paar neuere Staking Services, die von SBI selbst kommen. Also SBI VC Trade, die ja auch mit Ripple und XRP sehr groß vernetzt sind. Die sind bei Flare mit involviert. Finde ich sehr cool. Kann man sich hier mal anschauen. Also für alle Flare Fans, die haben hier nochmal ein paar News. Und am Ende haben wir natürlich wie immer noch ein Fun-Tweet. Hier einmal vom Maxis Club. Und zwar hier oben die Bitcoins auf einer zentralisierten Exchange lassen. Nein. Dann hier selbst verwahrt seine Coins verwahren. Und dann, na klar, so soll es sein. Ich denke, das ist eine Lehre für alle. Egal welche Coins man hat und gerne mag. Man sollte die hier auf jeden Fall so nutzen. Ich habe mich natürlich gefreut, dass ihr heute mit dabei wart. Der XRP Ledger hat wieder hier ein paar schöne Lichtspiele hier für uns. Sehr, sehr cool. Und ich hoffe mal, wir sehen uns auch morgen auf diesem Kanal wieder. Zu neuen News rund um den Kryptomarkt allgemein. Bis dahin, schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was ihr so denkt zu den ganzen Themen. Und gebt ein Like oder ein Dislike, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, Leute. Ciao. Ciao.